Moin Leute, ihr seid noch auf der Suche nach einem stabilen Triple S Team für das Windbeast. Das ist einfacher als ihr glaubt und wir werden uns in diesem Video heute mal angucken, was ihr dafür benötigt und welche Teams man hier bauen kann, um eine einfache Triple S zu kriegen. Vorneweg natürlich wie bei jedem Beast, die Tower-Situation ist natürlich hier auch entscheidend. Also bei jedem Riftbeast-Team sind die Tower natürlich wichtig. Vergesst eure Arena Tower nicht, macht das jetzt in jedem Video. Wir haben ja schon das ein oder andere Riftbeast-Video gemacht, checkt die anderen auf jeden Fall auch aus, wenn ihr vielleicht mit Wasser, Feuer und den anderen, die vielleicht noch kommen werden, irgendwie Probleme habt, dann checkt gerne nochmal auf dem Kanal hier aus. Wir machen auch noch andere oder haben auch schon andere Riftbeast-Videos gemacht. Und bei jedem dieser Riftbeast-Videos ist wichtig, dass ihr diese Tower hier möglichst ausbaut, je nachdem in welchem Element ihr seid. Jetzt gerade für das Feuer erfüllte Wind-Element ist ja der Feuertower sehr wichtig, weil ihr gerade mit Feuermonstern sehr viel Schaden drücken werdet und auch ein spezielles werden wir uns gleich nochmal angucken. Und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch. Ihr seht, die Towers sind hier alle perfekt ausgebaut. Das könnte noch deutlich besser sein, kann aber auch deutlich schlechter sein. Ja, wie gesagt, der Account ist kein Anfänger-Account mehr, der ist auch schon eine Weile aktiv. Allerdings würde ich eher den Account hier so ins Mid-Game schieben. Ja, und der ist noch nicht so richtig am Ende angekommen. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal ein bisschen genauer an, auf was dazu ankommt. Am Wind-Beast. Am Wind-Beast ist hier vor allem diese Blitzgebrüll eine der Core-Mechaniken, die hier zu beachten sind. Das sorgt dafür, dass eure Monster so eine Art Schock erleiden, wo sie jede Runde Schaden bekommen, die sie ziehen. Und wenn ihr nicht ordentlich gegenheilt, kriegt ihr diese Blitzgebrüll nicht von vorne weg. Aber wenn ihr ordentlich gegenheilt, dann schmeißt ihr sozusagen sogar noch Schaden zurück zu dem Wind-Beast selber. Wenn ihr allerdings diese Blitzgebrüll nicht runterbekommt und ihr das Wind-Beast dann irgendwann den Wind-Feger einsetzt, dann macht er natürlich Schaden an euch und heilt sich selber. Was natürlich dafür sorgt, dass das Wind-Beast noch länger überleben kann und ihr einfach nicht überlebt, weil ihr diese Blitzgebrüll nicht runterbekommt. Deswegen wollt ihr zum einen einen Umgang mit dem Blitzgebrüll hinbekommen und zum anderen, wie da ganz unten steht es hier, sind Feuermonster. Natürlich diejenigen, die hier sehr viel Schaden machen können, nämlich 50% mehr. Und das ist auch sozusagen heute mal der Versuch. Wir werden jetzt, ich werde euch jetzt zwei Varianten vorstellen. Einmal machen wir eine Variante, wo man natürlich jetzt um diese ganze Mechanik drum herum spielen kann. Ja, und ich kann euch sagen, das ist nicht die gewinnbringendste Mechanik. Also das solltet ihr wahrscheinlich nicht tun. Oder es gibt eine andere Mechanik, ähnlich wie beim Ice-Beast, dass ihr einfach sagt, wir versuchen es mit puren Schaden. Und tatsächlich kann ich euch sagen, die pure Schaden-Mechanik, ist deutlich einfacher hier im Wind-Beast, als es beispielsweise beim Ice-Beast noch der Fall war. Und wahrscheinlich auch für den Durchschnittsspieler mehr erreichbar. Wir werden sehen, ob ihr dazu hinbekommt. Ich würde sagen, wir springen jetzt rein in die Teams. Zwei mögliche Varianten werden wir sehen in unterschiedlichen Teams. Also ich werde euch nicht nur zwei Teams vorstellen, sondern mehrere, aber zwei grundlegende Varianten, wie ihr dort drangehen könnt. So, für unsere erste Team-Variante, die ich euch hier mal vorstellen möchte, gehen wir mal vor allem auf diese Heilungsmechaniken ein. Und hier wollte ich einfach mal, um das noch zu verdeutlichen, das Meme wieder aufleben lassen. Hallo da! Und das ist ja unser guter Ariel, ne? Ariel nicht in die Frontline stellen, auch ne? Falls für den einen oder anderen das noch aus dem Raid 5 irgendwie so Gewohnheit geworden ist, dass man Ariel in die Raid 5 Frontline stellt, aus irgendwelchen Gründen. Den stellen wir jetzt natürlich hier in die Backline, weil wir haben ja Attribut-Nachteil und der soll ja nicht sofort backdroppen. Aber was Ariel natürlich richtig gut kann, ist heilen. Und deswegen nutzen wir den hier einfach mal mit Colleen zusammen, mit Aegar, mit den beiden Enogamis und mit Ken. Ganz bewusst hier mit, ja sag ich mal, Monstern, bis auf Ariel, die ja möglichst Free-to-Play erhältlich sind. Den Ken beziehungsweise Schattenklaue, den kriegt man ja sozusagen auch aus dem antiken Münzenshop. Den Ariel könnt ihr auch gegen den Belladion austauschen. Ich wollte jetzt einfach nur mal zeigen, wie gut hier tatsächlich Ariel in dem Biest sein kann, was zumindest das Thema Heilung angeht. Ich würde sagen, wir gucken uns nochmal die Runen an. Colleen ist ja einfach wichtig, dass ihr, wenn ihr die Monster in der Frontline habt, dass die genug Defense auch haben. Also, dass ihr locker über 1000 Defense kommt, wäre schon gut. Sonst kippen die gerade weg, weil das Biest in die Frontline ziemlich viel Schaden machen kann. Also, wenn ihr durchaus, wenn ihr Monster mit 2 Defense-Werten habt und dann über, keine Ahnung, so 25.000 Leben insgesamt kommt, reicht das super aus. Ihr braucht ja, wie gesagt, in den Riftbeasts, solltet ihr diese Riftbeasts-Videos das erste Mal sehen und die anderen Videos noch nicht gesehen haben, hab ich ja schon öfter mal gesagt, ihr braucht in den Riftbeasts ja kein Speed. Also, ihr müsst halt nur dafür sorgen, dass eure Angriffsreihenfolge richtig ist. Also, dass ihr sagt, eure Buffer zuerst, die Healer zuerst, dass ihr erstmal von den ganzen Blitzgebrüll loswerdet und dann Defense-Breaker, Damage-Healer hinterher. So läuft das hier dann an der Stelle. Mein Ager ist hier auch in der Frontline stehend, beziehungsweise der Ager ist ja nicht mein Account, sondern der von meiner Freundin. Und da, ja, wir haben hier Ariel einfach auf so einem typischen Nemesis-Bild, Triple HP, wie man ihn eigentlich in die Arena stellt, um absolute Cancer auszulösen. Ken ist hier sozusagen einfach nur auf Attack, Crit, Damage, Attack, ja, mit 100 Crit-Rate. Der kann auch hier in dem Beast auf 85 Crit-Rate, reicht wahrscheinlich völlig aus, weil wir ja Attributvorteil haben als Feuermonster gegenüber Wind, um nur auf die 100 Crit-Rate zu bekommen, weil wir wollen ja die 100 Crit-Rate bekommen, damit die dritte Fähigkeit immer garantiert critet und damit er dann sozusagen direkt noch eine zweite Runde auslöst, quasi den dritten in den zweiten rein. Der macht eine Menge Schaden hier tatsächlich, ja, für so einen Free-to-Play-Monster. Dann haben wir hier noch Crow, der ist vor allem dafür da, dass er einfach in der Groggy-Stage genug Schaden macht. Attack, Crit, Damage, Attack. Der braucht keinen Speed, wie gesagt, so viel Schaden wie möglich drauf auf eure Damage-Dealer. Ihr könnt hier tatsächlich in den Riftbeestern eurer Speed komplett vernachlässigen, ne? Was ihr eigentlich im Chaos-Dungeon nicht machen solltet, was aber der Großteil der Leute macht, ne? Also, gut. Raok ist genau das gleiche wie Enogami in Dunkel. Attack, Crit, Damage, Attack. Viel mehr ist hier eigentlich nicht. So kann man das Ganze spielen. Und jetzt würde ich sagen, springen wir einfach mal rein und ihr werdet sehen, das ist die erste Möglichkeit, wie man mit Heilung an das Team rangehen kann. Und ihr werdet gleich noch sehen, wie viel einfacher es auch noch gehen kann. So, da springen wir rin ins Ice-Beast. Und jetzt am Ice-Beast haben wir jetzt das ganze Thema, dass wir jetzt so viel wie möglich den hier hier rausholen wollen und ja, möglichst mit dem Blitzgebrüll irgendwie umgehen können. Das funktioniert ganz gut mit Ariel beziehungsweise mit Colleen. Also Colleen ist ja auch ein richtig guter Heiler, den man nutzen kann. Es gibt auch noch andere richtig gute Heiler, aber ja, an sich ist das hier der Plan. Und jetzt hier in der Groggy Stage möglichst früh, der Defense-Break muss hier drauf. Defense-Break, da ist er. Und jetzt versuchen wir so viel wie möglich Debuffs drauf zu bekommen, um dann für Crow, wenn er seine Narbe benutzt, ja, so viel wie möglich Schaden auszuteilen, dass wir hier locker über die 2,5, 2,6 Millionen kommen, damit wir dann garantiert auch das Triple S bekommen. Weil wir werden, wenn wir jetzt auf 2,6 Millionen so circa kommen, wird es locker ausreichen, weil wenn wir jetzt quasi noch in der nicht-Groggy-Stage sind, also jetzt in der Phase hier, müssen wir den ja auch noch töten, dann machen wir ja auch noch Schaden an den Biest und das reicht dann meistens. So, jetzt ist es wichtig, dass wir hier irgendwie einen Umgang mit denen hier bekommen, deswegen ist Ariel dabei. Das sieht schon mal ganz solide aus, zack, wir sind, der Boss ist auf Halb-HP, wir sind wieder Full-HP und jetzt heißt es wirklich Schaden machen. Natürlich ein bisschen kacke hier, dass Ariel vom Damage her natürlich nichts macht. Ihr werdet auch sehen, diese Art von Team-Kombination ist, naja, also ich bin nicht so der Freund von Heilungsteams, vor allem, weil Heilungsteams in Summoner's War eigentlich in anderen Bereichen nicht so stark sind, also beziehungsweise nicht so häufig benutzt werden, sodass ihr eigentlich, wenn ihr wirklich für Heilungsteams hier geht, dass ihr wirklich in sehr spezielle Teams baut. Und, ja, bin ich nicht so der Freund von. Ihr seht, trotzdem wir hier diese Heilungsteams haben, das wird immer richtig knapp, ja. Man kann natürlich noch mehr Heiler reinbringen, aber es ist halt, ihr wollt nicht noch mehr ein Heiler-Monster bauen. Das kann euch sagen, wie es ist, diese Triple-S-Team wird auch öfter mal failen. Also, so ist es. Und wenn ihr für Ariel beispielsweise noch eine Belladion reinbringt, kann man das auch machen. Man kann aber auch einfach diese ganze Hier-Mechanik ein bisschen anders nutzen. Man könnte auch für Ken beispielsweise auch ein ganz anderes Monster nutzen, was ich jetzt hier mal bewusst rausgenommen habe. Nämlich statt Ken kann man hier natürlich auch einfach Ballegier spielen. Und ich kann euch sagen, gerade mit Ballegier wird das ganze Wind-Biest noch mal richtig einfach. Und ich würde sagen, wir gucken uns deswegen mal jetzt an. Ich habe jetzt bewusst für das erste Team mal ein Heilungsteam genommen, was kein Bail hat für die Leute, die einfach kein Ballegier haben. Aber ihr seht schon, wenn ihr nicht Ballegier habt, also jetzt seht ihr es noch nicht, aber werdet es gleich sehen, wenn ihr kein Ballegier habt, wird das Biest echt wackelig. Ja, ihr braucht hier wirklich Ballegier. Und ich zeige euch jetzt mal mit den folgenden Teams, warum Ballegier so stark ist. So, da der erste Bail-Team im Bunde, was ich euch hier mal ein bisschen anbieten möchte, ist natürlich so ein bisschen mehr in die Pay-to-Play-Richtung, weil wir halt einfach noch einen Healer dabei haben, der ausgeskillt ist. Vier Sterne Monster, die Himmelstänzer kriegt man nicht so häufig. Aber der hier tatsächlich im Wind-Biest gar nicht so schlecht ist, weil er neben dem, dass er heilt, auch noch Schaden machen kann. Das heißt, wir kriegen also effektiv mehr Schaden am Ende auch bei Rum. Die Runen könnten noch viel, viel besser sein. Wichtig ist hier wieder, wenn die in der Frontline steht, mindestens die 1000 Dev anpeilen, wenn nicht sogar noch mehr. Also hier könnte man auch ruhig nochmal, die Runen sind auch überhaupt nicht gut. Hier fehlen noch Atefakte, das könnte alles noch deutlich besser sein. Aber ihr werdet gleich sehen, da brauchen wir alles gar nicht so wirklich. Durch die Heilung, durch Marv, den Schaden und Ager und auch vor allem durch Bale wird das Ganze hier am Wind-Biest richtig zu einem Klacks. Und habe ich noch andere Monster, die ihr noch nicht gesehen habt? Ja, genau. Ich glaube hier Marv haben wir noch nicht gezeigt. Der ist auf Vio, HP, HP, HP. Den kennt ihr auch eigentlich schon aus dem Wasser-Biest. Oder aus dem Feuer-Biest. Das ist quasi genau das Gleiche. Den haben wir einfach so gelassen für die Frontline. Wie gesagt, die Defense nicht vergessen, gerade bei Marv. Da, ich habe hier sogar noch mal Defense-Atefakte draufgepackt, die sogar noch besser sein könnten. Also wir würden hier wahrscheinlich auch locker noch auf 700 Defense kommen. Dann seid ihr einfach noch ein Stück sicherer für die Frontline. Wenn da mehr Defense drauf ist, das ist gerade hier in den Rift-Biest wichtig. Und dann würde ich sagen, springen wir einfach mal rein und ihr werdet jetzt schon sehen, wie gut das Team performen wird. So, da geht es wieder los mit dem Blitzgebrüll. Und jetzt haben wir natürlich wieder, wir haben jetzt keine Colleen, aber wir haben jetzt natürlich die Wahee dabei, die auch noch gleichzeitig Schaden macht. Die healt auch recht ordentlich. Und das Schöne ist dabei, mit den ganzen Heals und Buffs, ihr seht es schon, Bale ist jetzt auf 4 Stacks. Jetzt ist er auf 5 Stacks. Und wenn er 5 Stacks hat und hier mal auch smart agieren würde, also er hätte jetzt schon bei den 4 Stacks eigentlich schon abschießen können, hat aber einfach seine Fähigkeit jetzt für den Nicht-Defense-Break aufgehoben. Also wenn das hier ein bisschen besser läuft, dann ist der, dann ist der, dann hat der Boss quasi in seiner ersten Phase nicht eine Runde und Bale one-shottet das Ganze einfach vollkommen. Also so kann das auch laufen, wenn Bale mit seiner KI das richtig macht. Aber das kann halt mal passieren. Aber ihr seht, das ist trotzdem kein Beinbruch. Wir sind jetzt schon bei 3,4 Millionen und das Biest, wir können noch mal locker eine Runde noch mal alle draufhauen hier. So zack, 3,8 Millionen, 3,9. Und ja, durch die ganzen Buffs und alles haben wir hier echt eine hohe Möglichkeit an Schaden. 5 Millionen, ja, 5,1. Super. Und jetzt ist es wieder so, jetzt ist es teilweise egal, was hier passiert. Bale muss halt nur stehen bleiben. Und wenn jetzt hier sogar, also wir können jetzt natürlich wieder Heilung bekommen. Wichtig ist, dass vielleicht der ein oder andere Buff noch mit dabei ist. Zack, Heilung hilft natürlich und noch mehr Buffs helfen und dass Bale einfach so viel Stacks wie möglich bekommt. Ihr seht jetzt, der hat jetzt schon 4 Stacks. Wenn jetzt noch jemand stirbt, ist ja das Positive. Bale kriegt dann wieder Stacks. Also selbst wenn jetzt jemand in der Frontline wegkippt, ist das nicht so schlimm, weil überhaupt Bale kriegt dann ja 3 Stacks, wenn jemand stirbt. Zack, da sind die 3 und jetzt ist schon vorbei. Also ihr seht, mit Bale sieht das Windbeast total easy aus. Also so wie wir, oh Gott, wir haben sogar neue Best Damage. So wie wir gerade geschwitzt haben mit den Heilungsteams, ihr seht, wir haben jetzt fast, wir haben jetzt einen Heiler dabei und Eager. Das ist quasi die Heilung, die wir machen und ansonsten heißt es hier purer Schaden. So kann man quasi das Windbeast in der richtig krassen Version legen. 6,1 Millionen, damit halt gar nicht gerechnet, dass wir direkt eine Bestzeit hinpacken oder ein Best Damage. Das ist sozusagen das erste Bale-Team. Wenn ihr jetzt natürlich keine Wahe habt, kann ich euch sagen, es wird noch witzigere Teams, es wird richtige Cheat-Teams geben. Also die Anforderungen für das Windbeast, die werden richtig droppen. Wir gehen jetzt mal, ich zeige euch nochmal ein zweites Team mit Bale, wo ihr die Wahe austauscht und dann zeige ich euch danach nochmal ein richtiges Cheat-Team, wie einfach es einfach sein kann, im Windbeast Triple S zu holen. Alternativ zu Wahe könnt ihr natürlich einfach Colleen spielen oder Belladion, also entweder den Licht in Nogami oder eben die Harpo in Feuer. Ich würde die Feuer-Harpu nehmen, weil die bufft halt gleichzeitig nochmal und davon profitiert Bale. Die Harpo hatten wir vorhin schon mal kurz gesehen, glaube ich, bei den Heilungsteams. Deswegen, die kennt ihr ja bereits. Speed, Defense, Defense. Wie gesagt, in der Frontline ein bisschen Defense. Speed ist hier wieder komplett egal. Ausgeskillt, muss sie natürlich sein, aber Harpus kann man recht easy ausgehen über unbekannte Schriftrollen. Und ich würde sagen, wir springen wieder rein und ihr werdet sehen, wie gut diese Team sogar auch klappt. So, da sind wir wieder. Zurück mit dem Blitzgebrüll. Jetzt, Colleen ist ja auch hier ein solider Healer. Ja, sie holt ja auch immer sozusagen sehr schnell das ganze Zeug hier raus. Und jetzt kommt Beginn der Apokalypse, was ich gerade in dem vorherigen Team gesagt habe. Passiert hier genau so, wie es auch passieren soll. Der, das Ice Beast, oder das Windbeast hat nicht einen, nicht einen richtigen Zug bekommen vorher. Ja, und das heißt, wir konnten den auch mit nur vier Stacks auf Bale one-shotten. Ja, das ist nicht so schlecht. Hatte ich eigentlich schon den Bale gezeigt? Ich weiß es gar nicht. Den Bale habe ich noch nicht gezeigt. Den zeige ich vielleicht nach dem Run nochmal. Also Bale ist einfach nur BJ5 Bale, aber ihr braucht natürlich, wenn ihr sowieso BJ5 baut und den Bale dafür benutzt, dann könnt ihr den auch hier so unverändert sozusagen hier in den Beastern nutzen. 5,4 Millionen. Werden wir jetzt nochmal auf eine neue Bestzeit gehen mit Colleen. Also das funktioniert mit Colleen auch sehr gut. Wahey macht natürlich ein bisschen potenziell noch ein bisschen mit Schaden. Das kann natürlich helfen, aber grundlegend zack, wunderbar. Ja, jetzt ein Stack auf Bale. Wird die Colleen nicht überleben? Das sieht eigentlich noch solide aus vorne. Wichtig ist, dass ihr vorne in der Frontline genug Defense habt. Und dann ist jetzt eigentlich, jetzt ist eigentlich so gut wie durch. Also egal, wird jetzt noch grundlegend passiert. Zack, da ist jemand gestorben. Ist nicht so schlimm. Hier hoch, zack, zack, zack. Und Bale hat getroffen und 5, irgendwas Millionen. Wie viel haben wir jetzt? Unter 6 noch, oder? Sind wir schon über 6? Wir haben schon wieder ein Best Damage, alles klar, 6,4. So kann das Ganze auch aussehen, wenn man sich sozusagen mit Bale und Colleen hinstellt. Aber ich glaube, potenziell könnt ihr sogar noch mehr Damage machen, weil Colleen macht ja nicht so viel Schaden in der Groggy Stage. Da könnte Wahey ein bisschen mehr machen. Aber ihr braucht keine Wahey, seht ihr hier. 6,4 Millionen, einfach nur mit Bale. Und selbst wenn ihr das Ganze jetzt nicht hinbekommt, ich zeige nochmal schnell den Bale für alle, die ungeludig sind. Bale Gier ist einfach nur der typische Bale Gier Jansen. R5 Bale Gier mit Attack, Crit Damage, Attack. Der muss nicht, für diese Driftbeast muss er natürlich nicht auf Wille sein, das ist einfach nur Rage, ein bisschen überleben, dass er nicht sofort raus droppt. Das ist tatsächlich wichtig, weil Bale sollte am Ende immer stehen bleiben, also durchaus die Defense und ein bisschen HP nicht vergessen. Also wenn ihr den für BJ5 baut, ihr habt ja auch den einen oder anderen Guide für den Raid 5 dabei, dann sollte das super funktionieren. Ihr seht, der hat nur 64 Crit Rate, weil der halt für Bale Gier Jansen, wo man ja noch Crit Rate Buff dafür gedacht ist, aber dadurch, dass ihr am Attribut Vorteil seid, geht ihr ja nochmal um 15 Crit Rate nach oben, das heißt, ihr werdet auch deutlich mehr Crit Rate. Wenn ihr natürlich euer Bale ein bisschen mehr Crit Rate hat, weil ihr das nicht anders hinbekommt, hilft das natürlich, das macht einfach mehr konsistent, aber ja, wir tauschen jetzt nochmal wieder das Team aus und ich zeige euch mal, wie wenig Ruhenqualität man für das Windbeast braucht und wie einfach das Ganze hier funktionieren kann. So, für dieses letzte Team möchte ich euch was zeigen, wo ich dachte, ich sehe nicht richtig, dass das funktioniert, weil ich dachte mir dann irgendwie so, als ich mit dem Bale rumprobiert habe und mit den Stacks so gesehen habe, oh, mit den Stacks, da kann man doch arbeiten und man kann ja auch damit arbeiten, ähnlich wie im BJ5, also in Raid 5, wo ihr auch BalliG benutzt, geht man ja auch dafür, dass manche Monster aktiv sterben und dann dachte ich mir, wait, das kann man doch hier genauso abusen und dadurch, dass er auch noch Bonusschaden macht an Wind, ist das ja, wow, kann man das ja richtig abusen, deswegen dachte ich mir, alles klar, wir tauschen unsere 6-Sterne-Colin wieder gegen eine BJ5-Colin ein, also einfach eine 4-Sterne-Colin, die sozusagen, ja, einfach nur dafür da ist, die erste Runde noch zu überleben, dann ihre Fähigkeit hier zu machen, vorheriger Tanz und jetzt am Ende zu sterben in der zweiten, also in der zweiten Phase dann sozusagen nach der Rocky Stage zu sterben, wir haben sozusagen, die muss auch nicht ausgeskillt sein, weil wir haben jetzt mit Kali zusammen, die übrigens auch nur 5-Sterne ist, aber zweiter Weg dafür, aber ihr könnt die auch ohne zweite Weckung spielen, ja, das funktioniert auch ohne zweite Weckung, die ist nur dafür da, dass sie genauso wieder Buffs verteilt für den Bail, um die Stacks hochzuziehen, ja, darum geht es quasi am Ende und Belladion ist einfach nur nochmal ein Healer, der noch ein Defense-Projekt zusätzlich mitbringt und viel mehr eigentlich nicht, also der eigentlich, Belladion ist eigentlich sozusagen der eigentliche Tank hier vorne, also deswegen ist der dabei, ja, oder die, je nachdem, also der Hund, ist dabei, das Inogami, so, Speed HP HP, wieder, also wieder dieser typische Tank-Bild, vielleicht auch nochmal ein Defense-Breaker, dass wir einfach an der Groggy-Stage mehr Damage noch machen, das wird jetzt kein Best-Termit-Damage-Team, aber das Team soll euch wenigstens mal zeigen, wie low die Anforderungen eigentlich in dem Mid-Beast sind, wenn ihr einen Bally-Gear habt, ja, und Bally-Gear ist übrigens fusionierbar, also kann mir keiner erzählen, dass man Bail nicht bauen kann, wie gesagt, die Runen hatte ich ja gerade schon mal gezeigt auf dem Bail, das sind typische BJ-5-Runen und ich würde sagen, wir springen jetzt rein und ihr werdet gleich sehen, Bally-Gebrüll und ja, wir, Belladia macht jetzt erstmal den Heal, wunderbar, wir buffen wieder, wir buffen nochmal und wir buffen nochmal und jetzt ist der Bail auf 5 Stacks und bumm, One-Shot, so ne, deswegen die ganzen Buffer vorne weg, so kann man das quasi auch spielen, wichtig ist, dass die ganzen Buffer vorne wegmoven, das ist das einzige Kriterium an eure Runen, dass sie vor Bailmoven, ja, ansonsten geht es jetzt darum, das ist jetzt kein Best-Damage-Team, vielleicht kann man hier mit den ganzen Krummen-Gebuffern sogar noch irgendwie noch mehr abusen, vielleicht noch mit einem Crow oder ich weiß es nicht, da kann man sicherlich noch kreativ werden, um hier noch mehr Schaden zu drücken, aber ich glaube, das Team, was wir davor schon gesehen haben, war schon nicht so schlecht, wichtig ist hier wieder, dass wir einfach nur die 2,6 Millionen jetzt knacken und am Ende ist es wichtig, dass wir den Armen-Boss jetzt sozusagen gleich das Ganze, jetzt sind wir schon bei über 3,5, also Triple S ist jetzt schon drin und jetzt ist wieder wichtig, einfach nur, also Belladion sorgt wieder dafür, dass einfach geheilt wird, das macht er sogar recht früh jetzt wahrscheinlich und wir versuchen, wenn jetzt jemand stirbt, ist das nicht so schlimm, ja, weil jetzt kriegt der Bale Stacks, ihr seht es, 5 Stacks, da ist Bale, zack, wir konnten sogar noch ein bisschen Heilungsschaden machen und Bale schießt ihn nicht so gut wie runter, selbst wenn Belladion jetzt ganz vorne stirbt, ihr wisst, wir kriegen ja wieder Stacks, 3, da kommt der Buff und Bale hat wieder Apocalypse ready und das war's, das war's, die sterben da alle in der Frontline und ja, ihr habt aber trotzdem euer Stable Triple S, also ist natürlich kein Best Damage Team, aber ihr seht schon, wie einfach das gehen kann, wie low die Rune Requirements eigentlich sind im Windbeast, wenn man mit Bale spielt, ähm, diese Team ist tatsächlich sehr stabil, also, das glaubt man gar nicht, auch wenn die da alle wegsterben, aber das ist ja, solange Bale stehen bleibt, ist der Team sehr stabil, wenn euer Bale noch ein bisschen mehr Crit Rate hat als der hier, dann wird es sogar noch stabiler, weil ihr einfach dann keine Non-Crits trefft, dass ihr einfach mehr Critz trefft sozusagen mit dem Beginn der Apokalypse und das geht ja auch, wir spielen ja auch quasi vor allem um diesen Spell hier drum herum, dass wenn der 5 Stacks hat, dann macht Bale hier richtig insane Schaden an den Biest und ja, das ist sozusagen meine ganzen Teamsteak euch mal vorstellen wollte, wir hatten Best Damage Teams dabei, sogar zwei, ja, unerwarteterweise und wir haben einen dieser typische Cheat Team aus meiner Sicht, also mit dem Team könnt ihr sehr, sehr easy das Windbeast klappen, also wenn ihr kein Triple S bisher geschafft habt, dann mit dem Team schafft ihr das locker und die Anforderungen dafür, ihr habt es gesehen, wir nutzen hier teilweise 4 und 5 Sterne Monster sind super, super low. Das war das Windbeast, der Windbeast Guide, den ich euch mal vorstellen wollte, ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie man jetzt das Windbeast legt, wenn ihr die anderen Videos auch nochmal checken wollt, weil ihr vielleicht auch noch Probleme im Eis oder Feuerbeast habt oder in der Zukunft werden wir jetzt auch noch das Licht- und Dunkelheitsbeast mit reinnehmen, dann checkt die gerne nochmal aus, ich würde mich wieder verabschieden für heute und bis zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal.